So, herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Runde FLIFE. Wir befinden uns heute wieder auf CIVIFLIFE und ja, nicht alleine, sondern ich habe wieder einen Doppelgespann, haben wir wieder gemacht. Labla, bist du mit dabei heute? Jo, hi. Und wir haben uns einmal vorgenommen, dass wir miteinander einfach mal diesen Ice Crystal Dungeon angehen, äh, Crystal Dungeon angehen. Ich habe ihn schon sehr zu meinem Namen vergünstigt. Das ist dein Dungeon, du kennst mich. Mein Dungeon. Wer weiß, vielleicht kommt er ja noch, wenn wir ihn sehen. So, ich bin jetzt mal da in Flavis. Ich weiß nicht, wo du denkst, bist du auch noch in Flavis, oder? Also, wir können eigentlich schon in einen Dungeon rein. Ich habe jetzt eigentlich alles dabei, hoffentlich. Ja, okay, ich bin jetzt eigentlich auch schon bereit. Hier heißt es der Caterpombs of Anguish, Anguish. Anguish, eigentlich Englisch ist nicht so meine Stärke gerade. Gerade. Also erst dann nahe wieder so, auf 22 Uhr. Das ist Uhrzeit bedingt. Soll ich bei dir da ran kleben, oder wie siehst du das? Ja, kleben, kleben ist gut, ja. Kleben ist super. Ja, also. Ich bin ja eh super schön verdeckte City-Shop vom Love-Love, seinen tollen Sammelpad hinten. Genau, ja. By the way, nimmst du deinen Ringmaster mit, oder ohne? Boah, gute Frage. Soll ich mir dann noch mitnehmen? Genau, ohne. Also ist mir egal. Ja, ich tillige so. Faul ist auch. Okay, ähm, so, man könnte mal das Mikro auch da instellen, wo man gerade so redet und so. Okay, ähm, ja, also ich habe den Dungeon jetzt schon ein paar Mal gemacht und so. Wie gesagt, der Dungeon ist relativ lang. Und, ähm, bietet eigentlich super Zeit für Gesprächsstoff oder für bestimmte Themen und so. Oh, 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 oh. Hast du Akku? Ich bin gerade krucht. Lol, 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 what machst du? Achu, kurz PC. Warum bist du da hinten? Ich bin abgehängt worden. Lol. Nach der ersten Gruppe. Ja, bleib bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir. Keine Ahnung, ob du Akku machst. Ich wollte gerade sagen, das ist mein erster Dungeon Run, also ich habe null Ahnung, wo es gerade jetzt hier lang geht. Das ist super, ja. Also ich bin jetzt total auf dich auf... Oh, das ist er! Lol, hier ist er! Stop, stop, ich bin gefreased. Warte, komm zu mir, komm zu mir. Jetzt. Ich töte gerade. Okay, alles super. Äh, ja, probier einfach mal irgendwie weniger Akku zu sehen und so. LOL, alles klar. What the fuck? Ich hab ihn nicht getötet anscheinend. Hä, der ist down. Hä? Alles klar. Ich hab keine Ahnung, wie das jetzt gegangen ist gerade. Oh, Mann. Ist das ja links von mir gewesen? Oh, Mann, nach der ersten Kurve schon down. Also wir haben ja schon schnell vorankommen, ich seh's schon. Der Run wird verdammt lang. Also, naja, okay, aber... Ich packe mal meine Sachen aus, ich muss meine Abkaufs und alle noch reinhauen. Ja, ich hab vor allem, du hast Proviant und so dabei, weil der... Es wird lang, es wird, es wird sehr lang. Ja, ich hab... Von allen habe ich sozusagen mal das Dreifache mitgenommen. Sicher ist ja sicher. Ja, das Dreifache. Das Dreifache. Von was hat man? Ich bin wieder so weit. Ähm, ja, ich hänge mich mit mir dran. Ich hoffe, dass du nicht verlierst. Hinter Kurven wieder. Äh, bist du jetzt schnell genug oder kannst du irgendwas aktivieren? Ich hab jetzt... Ich hab jetzt gerade eben meinen Flash Charm eingekaut und ja, hoff mir Power. Okay, 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 okay. Ja, also wie gesagt, der Dungeon ist relativ lang, äh, bietet sich eigentlich super für Themen und so an. Ähm, und ja, also so mal relativ direkt, ähm, oder um es mal relativ so direkt zu sagen, ähm, ich hab mal so echt gedacht, es gibt halt irgendwie, so vor allem in meinem Freundeskreis, die Person kann sich jetzt angesprochen fühlen. Muss aber nicht. Ähm, irgendwie Leute, die halt irgendwie so, ähm, irgendwie Arbeit und so eigentlich so ziemlich über alles setzen. Also halt irgendwie so, äh, Freizeit. Also Freizeit nur, wenn es quasi, ähm, ja, mit der Arbeit konform ist und wenn die Freizeit überhaupt irgendwie in der Theorie zu einer fünfprozentigen Chance oder so oder zu einer, ja, noch geringeren Chance, äh, irgendwie die Arbeit beeinflussen kann, dann, äh, ist das irgendwie für manche irgendwie so ein Argument, ähm, bestimmte Sachen nicht zu machen und so. Was irgendwie ziemlich komisch ist und ich persönlich finde einfach, ähm, also erstens, ich bin nach der Meinung, man kann lang genug arbeiten, weil, ähm, keine Ahnung, mittlerweile arbeitet man eigentlich eh schon, wie lang? Ich hab keine Ahnung, sehr lang auf alle Fälle und ob man da wirklich jetzt sein ganzes Leben danach ausrichten muss und so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, wie wüsstest du es dazu? Ja, also wird auch definitiv jetzt auch viel mehr länger. Ach, du hast es ja richtig angedeutet. Wir ziehen da immer weiter das Ganze raus aus der Rente und so. Ähm, ich persönlich, ähm, sehe das Ganze nicht so, muss ich sagen. Ähm, aber das ist alles, also das ist ein wichtiger Bestandteil, ist klar. Ähm, ohne dem ist es auch ein bisschen langweilig. Aber, ähm, ja, man sollte ja auch, ähm, auf seinen Körper ein wenig achten. Freizeit gehört auch dazu, um sozusagen wieder Power zu kriegen. Also, wenn ich da ein bisschen so an Frühjahrs bei mir nachdenke, na, das hört sich echt grubisch auch wieder an. So ungefähr, ja, Arbeit nix und so. Aber, naja. Na, also, bei mir ist halt einfach Gesundheit nichts bedingt, dass das halt nicht mehr so klappt. Ähm, deswegen kann ich jetzt sagen, Frühjahrs. Ähm, aber, wie gesagt, bei mir war es halt einfach so, ich bin gern in die Arbeit gegangen, es hat mir Spaß gemacht, aber ich war irgendwo auch wieder froh, dass ich dann zu Hause war und dann, ähm, ja, haben wir mehr auf Couch legen können oder, oder bin da mit Freunden weggegangen und so. Also, das war für mich schon wichtig. Also, wenn jetzt der Chef gesagt hätte, hey, magst du noch mal eine Stunde da bleiben und so, dann hätte ich gedacht, wenn es mir noch so Spaß macht, aber, ähm, ne. Ja, weil das Problem ist einfach, ich finde einfach, man sollte eher dann irgendwie so seine, also eigentlich seine Arbeit und so, eigentlich eher sein Leben ausrichten und nicht sein Leben an der Arbeit. Das finde ich halt irgendwie so. Also, es ist wie zum Beispiel, also klar jetzt irgendwie, wenn es irgendwie saufen geht, ist es scheiße, aber, ähm, angenommen, äh, man, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, man sagt irgendwie, man macht jetzt irgendwie, und man verzichtet auf 70% der Sachen im Leben einfach nur, um überhaupt nicht so in Gefahr zu laufen, dass man halt irgendwie, äh, dass es negativ für die Arbeit auch so auswirken kann, und vor allem halt nur temporär eigentlich, ich bin mir nicht sicher, aber es gibt irgendwie so, es gibt es irgendwie, irgendwie immer öfter, dass es einfach echt so ist, dass halt irgendwie Arbeit so quasi vor allem anderen ist, und, ähm, da geht es gar nicht mal jetzt unbedingt so drum, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie total krasse Sachen macht und so, also jetzt, ich hätte es nicht irgendwie von, von Bankkühl-Fan oder so, so halt einfach, ja, das habe ich jetzt eigentlich gedacht, aber, okay, so, also das war dein Job, oder wie war das? Ja, ja, genau, das war mein Job, ich mache das eigentlich ziemlich gern, so, der Nervenkitzel für zwischendurch, so neben Fleifzocken und so, ist das immer ganz erfrisch und so, einmal die Woche so ein Bankörfall, heißt, ähm, ja, keine Ahnung, wenn man einfach nur irgendwie so die Freizeit hat, einfach so extrem einschränkt, halt nur wegen, wegen Arbeit und so, das verstehe ich einfach nicht, weil, also vielleicht lebe ich einfach wirklich zu YOLO, oder vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber, ähm, irgendwie kann ich das wirklich nicht nachvollziehen, und es ist eigentlich nicht wirklich so, dass es dann, äh, irgendwie einen Druck gibt, äh, von dem Arbeitgeber oder so, aber vielleicht einfach, weil es, keine Ahnung, oder weil es negativ sein könnte oder so, oder ich bin mir nicht sicher, aber, Ja, da gibt es verschiedene Faktoren, also ich kenne aber sowas wie, ähm, ich kann es einfach nur noch sagen von früher, ich bin, ich bin hinten in, Du bist stuck. In ein, ähm, in ein, äh, nein, ich bin nicht stuck. Okay, dann bist du um die Körn. Ich laufe hinterher. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Ähm, ich bin in so einem, so einem Warenhaus drin gewesen, ich habe Sachen verkauft, elektrische Geräte und so, und, ja, da war eine Kollegin immer hinten, ich habe das nie verstanden, ähm, die hat an der Theke gearbeitet und dann, dann war die mal krank und, ähm, dann ist sie ein bisschen wieder besser gegangen, war sozusagen, äh, krankgeschrieben und dann ist die einfach, die ist mitten in seiner Krankheitszeit trotzdem vorbeigekommen, weil, jetzt geht es schon wieder ein bisschen besser und jetzt muss ich in die Arbeit und ohne mich geht ja nichts und ich habe mir gedacht, Alter Schwede, wie gibt es sowas? Ich muss mich doch erholen, ja, und, und, nee, ich habe das nicht, ich habe das nicht kapiert, wie, wie man so drauf sein kann. Das stimmt aber, das ist echt, das ist irgendwie echt eigenartig, also, bin mir nicht sicher, warum manche Menschen so sind, aber... Ich glaube, die haben zu Hause nichts oder einer ist langweilig oder, ich weiß nicht, oder sie leben wirklich nur für die Arbeit und Freizeit ist einfach nur so, ähm, ja, so eine Nebensache für die. Ja, das ist wirklich möglich, weil es ist, glaube ich, wirklich so, dass irgendwie die meisten halt einfach Freizeit nicht wirklich so hoch schätzen und irgendwie, also, ich verstehe es einfach nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt irgendeine Person sagt, sie bleibt jetzt einfach lieber zu Hause, einfach nur, um, äh, was weiß ich, um jetzt einfach nicht krank zu werden, wenn er zum Beispiel, äh, und halt dann eben in der Arbeit auszufallen und so, dann ist das halt irgendwie echt... Ich finde das irgendwie komisch, das ist irgendwie, ich finde das fremdlich. Ich kann mir das eigentlich nur, ja, was heißt, teils erklären, sagen wir mal so, also einen, einen Gesichtspunkt kann ich schon erklären, und weil ich den einfach selber kennengelernt habe, äh, im Punkto von meiner Frau, ähm, und da muss man halt sagen, das kann dann, also, ein Faktor sein, der, wo krankheitsbedingt ist, dass man einfach die... die, äh, warte mal kurz, bleiben stehen, ich bin auch zu weit. Ähm, warte, 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 warte. Jetzt, jetzt kann es weitergehen. Mach Folgen bei Waggi, weil sonst bist du immer so wie so ein Anhänger hinter mir. Ähm, also da, der Waggi. Der Waggi, der andere Waggi, genau. Ähm, genau, und, ähm, da war es ja so, äh, hat halt relativ, äh, scheiß Zeiten auch gehabt, in seiner Jugendzeit, das, wo ich natürlich auch bekräftigen kann, bei meiner Seiten, und, ähm, die hat halt, äh, sein Selbstbewusstsein aus dem gezogen, dass sie halt in der Arbeit war, ja. Bei uns hat es zwar nicht so viel zum Saubermachen gegeben, vom Haushalt, aber trotzdem, jeder Mann, also der, wo zu Hause lebt, der weiß auf jeden Fall, äh, Hausarbeit kann auch ziemlich nervig sein, kann ziemlich viel sein, ja. Und die hat mir gesagt, hey, äh, ich schätze das von dir, ähm, äh, es ist, äh, du magst eh so viel. Aber die hat mir gesagt, nee, und, äh, sie muss in die Arbeit gehen, weil in der Arbeit, ähm, kriegt sie die Bestätigung, die, wo sie sozusagen braucht, und so. Also von dem her weiß ich halt, dass das ein, ein Punkt so sein kann, ja. Aber, ich muss aber auch dazu sagen, meine Frau war aber wirklich sehr, sehr schwer krank, also von dem her, die war auch depressiv, und die hat auch mit, mit dem Essen Probleme gehabt, und so. Ähm, also das, von daher weiß ich das auf jeden Fall, schauen wir mal. Aber andere Punkte verstehe ich dann wiederum nicht so, ja. Wo es jetzt zum Beispiel dann nicht von, von dem Faktor abhängig ist. Mhm. Das kann ich natürlich jetzt nicht nachvollziehen. Ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus, vielleicht dann wirklich so Workaholic, und irgendwie, dass die Leute einfach dann wirklich nur das eine halt eben haben, in, im Leben oder so. Oder in, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, aber es ist irgendwie komisch. Mhm. Ähm, was magst du da gerade eben? Ich bin gerade noch stark. Eber gerade stark? Ja, so, das ist ungefähr eine, gefühlt 30%ige Chance, gestunnt zu werden, deswegen. Achso, okay. Ist leicht nervig, aber, ja. Jetzt geht, ach, dir gefällt der Stein da hinten so gut? Der Stein war ziemlich geil, ja. Was der Stein des Anstoßes. Stein des Anstoßes, ja, eher so ein Stein der Weisheit. Oder so. Ich finde Dungeon übrigens cool Design, so jetzt da von dem, von den Leuchten und so. Ja, ja. Die, die komischen Steine habe ich mir letztens schon gefragt. Es ist halt mit Abstand, der, es ist einfach, ja, das stimmt, aber es ist einfach der, der Dungeon, der einfach, also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du kannst in keinem Dungeon weniger orientieren als in dem, weil es schaut einfach alles gleich aus, also irgendwie anders aus, aber trotzdem gleich und es ist einfach so. Ja, die Mops gefallen mir ganz gut. So richtig biologisch und wie eine Pyramide aufgebaut. Ja. Ja, aber am Anfang, wie ich dir mal beim Video auch zuguckt habe, da haben wir gedacht, was macht der da, wieso schlägt der den Stein an? Muss er jetzt seinen Schaden hier testen nebenbei oder was? Genau, dass du Damage testest. Bis ich dann gespannt hab, dass es irgendwann wirklich Damage kippt und der Schaden bekam. Ja, ja. So, also übrigens jetzt mit, also der Tod am 3 von 5. Ah, okay. Also das dauert noch so. Muss schon ein bisschen weiter gehen. Ja, so die Hälfte von den, von den Midbusters haben wir jetzt ungefähr in, wie haben wir aktuell? 13 Minuten. Man braucht ein bisschen Content. Flop. So, ich muss mich erst dranhängen, dann kannst du wieder weitergehen. Warte, ich hänge noch nicht. Jetzt hänge ich. Perfekt. Genau. Ja, zu dem Thema eigentlich weiter. Was bei mir auch so war, also ein bisschen von meiner Geschichte auch heraus erzählt. Es kann sein, dass da viele dann dabei sind, die sich vielleicht da jetzt ein bisschen widerspiegeln, auch in dem ganzen Thema. Ich war da drin und ich war vorher Schreiner sozusagen. Aber irgendwie, das war schön, aber es war nicht so richtig das, wo sie eigentlich, ja. Weil ich einfach viel, viel Mobbing-Geschichten gehabt habe dann in der Richtung. Und dann bin ich endlich einmal in den Verkauf gekommen und dann habe ich gedacht, da will ich hin, da gefällt es mir, da ist toll, mit Leuten reden, ihnen helfen und so weiter und so fort, ja. Und es war wirklich am Anfang, wie, ja, wie, wie in my family da drin. Also es hat Spaß gemacht, ja. Aber wie Leute von der oberen Liga jemanden so fertig machen können, auch wenn er ein bisschen schon Probleme hat, selber schon Probleme hat, dass derjenige danach dann sagt, okay, also die Firma ist, also ich habe überhaupt keinen Bock mehr, also ich kann mich überhaupt nicht mehr identifizieren mit dem. Von dem einen totalen Hype, ja, dass das wie dein eigenes ist, zu dem, dass du dann sagst, okay, rutscht es mir alle einfach. Ja. Sonst wo runter, finde ich echt schade, sowas. Ich verstehe da sozusagen hier die ganzen Firmen in der Richtung ja auch nicht. Das ist ja auch so ein Punkt, wo man da nicht runter geht und eigentlich aus der Angst heraus, dass man hier fehlt und dass man diesen Ärger nicht bekommt. Vielleicht ist es ja auch so ein Punkt, warum man das macht, ja. Ja, das ist einfach so fast schon vergleichbar wie irgendwie so die Mentalität, die hat manche in der Schule früher gehabt haben und so. Also diese, irgendwie so dieses Gehorchen und so und irgendwie was eigentlich eher so aus anderen Zeiten so stammt, aber irgendwie. Ja, da denkst du echt, hey, okay, bin ich jetzt da irgendwo in der Erwachsenen-Liga, ja, ähm, und der Chef sollte ja auch ein bisschen auf deine Gesundheit achten. Das ist ja auch zu seinem Vorteil. Und irgendwie kommst du so vor wie, wenn die Schüler, die du vorher gehabt hast, die wohl gemobbt haben, immer noch, äh, ja, gescheiter oder wie sagt man da, ist das deutsches Wort? Schlauer, Planung, ja. Ja, genau, sozusagen sind als, als jetzt die anderen, also. Also man müsste theoretisch, kann man sich ja den, den jungen Leuten ja noch ein bisschen verzeihen, ja, weil die sind ja noch nicht so weit in der Entwicklung, von dem her. Ähm, aber Erwachsene sollten das eigentlich schon wissen, was Sache ist. Naja, das stimmt. Aber es ist echt so, es ist irgendwie teilweise komisch, also, es ist, es ist irgendwie echt ganz komisch, also, gerade bei dem Thema, es gibt irgendwie so, man kann es eben schlecht einordnen, es ist eigentlich gar nicht wirklich vom Alter, aber es ist abhängig, dass es, also, wo es das dann wirklich gibt, es gibt es irgendwie in, wahrscheinlich gibt es sogar irgendwie im Alter-Zeit oder so, aber, ähm, ja, irgendwie, ich bin mir echt nicht sicher. In manchen Bereichen findet man es irgendwie häufiger und in manchen überhaupt nicht, oder fast überhaupt nicht, deswegen ist es komisch. Es gibt mir den Kopf nicht rein, es gibt mir überhaupt nicht in den Kopf rein, ich verstehe das nicht, ähm, ich verstehe das nicht, wie, wie das Arbeitgeber machen, äh, nur, äh, ja, damit sie mehr Kohle bringen, ja, aber die müssen doch eigentlich checken, äh, wenn ich halt mich ausrat, daheim und, äh, zu Hause, und, ähm, und ich erhole damit die wieder gesund, ja, dann ist es ja bei Weitem besser, als wenn es schon am, am, am zweiten, dritten Tag wieder anrufen, ja, wo bleibst denn, und kannst vielleicht schon wieder kämen, dann kannst wir zurückkommen in die Arbeit, und, äh, ich verstehe das alles nicht, ja. Ja, das ist komisch. Ja, das ist komisch, wobei es, äh, das ist interessant, es hat so in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen einen Wandel eigentlich gegeben, wo sich das Ganze eigentlich geändert hat, aber mittlerweile ist es einfach so, dass extrem viele halt irgendwie trotzdem irgendwie Angst davor haben, und obwohl es diesen Druck eigentlich gar nicht mehr so wirklich gibt, zumindest bei manchen, also, es gibt immer noch bei einigen, aber, äh, obwohl es diesen Druck gar nicht mehr so wirklich gibt, dass die es dann irgendwie freiwillig machen, bevor überhaupt irgendwer irgendwas sagt und so, deswegen, das finde ich irgendwie noch unverständlicher irgendwie, also so jetzt gerade in dem konkreten Fall, was ich jetzt gerade so ganz am Anfang angesprochen habe, und so, ist es ja eigentlich wirklich so, weil, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund dazu, und es gibt eigentlich wirklich irgendeinen Anlass, deswegen ist das irgendwie echt komisch. Ja, das ist ja schon so eingebrannt in die Köpfen von den Leuten, dass es gar nicht mehr richtig rausgeht. Also, ich finde, auf jeden Fall, ähm, ich schaue mir, eine coole Sache von, von, auch wenn es manche ein bisschen so schimpfen, von Google auch, von deren Arbeitsweise, was die da haben, da sieht man ja, was das eigentlich bei den Leuten hier bewirkt. Dass die eigentlich die Lust haben, in der Arbeit zu bleiben, weil es so toll ist, ja, das ist ja genau das Gegenteil, wo es, ja, wollte schon sagen, was die machen, aber, aber da sieht man eigentlich, wenn man, wenn man auf die Leute, auf die Mitarbeiter zugeht und sich kümmert um die, dass dann die Produktivität zu sagen, um, um, um einiges mehr gesteigert wird, als mit der blöden, äh, Angstmache-Geschichte und so weiter. Ich weiß nicht, warum das manche Firmenchefs einfach nicht checken. einfach sehr, sehr, die meisten wahrscheinlich einfach echt eigene Probleme, die sie dann irgendwo auf andere übertragen oder so. Das ist wirklich was komischer. Es werden dann schon mal so zwei, ähm, ja, Punkte, wo wir schon ein bisschen durch, vielleicht jetzt rausgeschält haben, durch das Gespräch, warum Leute eigentlich mit Arbeit gingen, ob jetzt gern oder, oder, oder eigentlich die ungerne Seite, ja. Es gibt ja so einen sehr interessanten Satz, ähm, das geht zwar jetzt leicht aus dem Thema raus, naja, es bleibt schon im Thema drin, aber es geht so leicht in eine andere Richtung, und zwar, ähm, so ein Zitat, ähm, nicht der Montag ist scheiße, sondern, äh, eure Arbeit ist scheiße, also, weil ja viele immer so sagen, nur Montag und so wieder und, ähm, keine Lust wieder an Arbeit und so, das ist irgendwie so ein Satz, der teilweise gut zutrifft, ja. Ja, da ist was dran, ja, da ist was dran. Ja. Weil wenn ich schon an Montag denke, dann ist meistens Arbeit, und, äh, wenn mir das schon nicht Spaß macht, ja, hm, ich weiß schon, es, es sind viele von euch wahrscheinlich draußen, die wo sagen, ja, äh, ich muss doch und so weiter und so, ähm, ja, also mir ist jahrelang echt so gegangen, ich bin echt wegen dieser Angst und alles danach reingegangen, und, ähm, ja, und jetzt, ich bin, ja, sagen wir es mal so, durch die ganze Angst, die mich kaputt gemacht worden, ich hab mit meiner, ähm, psychischen Geschichte ziemliche Probleme bekommen, und die ganzen Angstführungen jetzt dadurch, und ich finde, das ist total scheiße von denen. Ja, das hätte ja alles nicht sein müssen. Hm. Das stimmt, und am Ende, ähm, äh, profitiert das Gesundheitssystem eigentlich genauso wenig davon, also ganz im Gegenteil. Ja. Ja, aber du willst das ja eigentlich nicht, weil du willst ja eigentlich wieder Spaß haben mit Arbeit gehen, aber ich sag's halt ganz ehrlich, okay, du musst nur noch vorzufügen, oder? Ja, wir können nur sagen, es gibt eigentlich dabei nur Verlierer, also, es gewinnt keiner dabei, das ist eben das Komische, weil, na ja. Genau. Also, ich persönlich hab's lange Zeit dann gemacht, und irgendwann haben wir gedacht, hey, ähm, ach so, haben wir schon am Ende? Äh, er muss reinspringen, das ist, äh, Stage 2. Okay. Mit WASD am besten. Oh, scheiße. Das ist auch noch. Ich muss einen Schritt zurückgehen. Das könnte jetzt leicht creepy werden. Du kennst ja die Brückensetzungs-, oder die Hitboxen-Fly. Ach man, bin ich dumm, ich muss ja mit zwei Tasten, jetzt spiel ich so viel. Ach Gott. No way. Ich krieg einen Abfall. Du hörst. Loll. Mit Leertaste kann man jumpen. Loll, das ist so peinlich. Ich mach einfach weh, weh laufen und der Taste jumpen. Oh! Oh! Ich sag nichts mehr, das ist so feil jetzt gerade gewesen. So, wo bin ich jetzt hängen geblieben? Nein, jetzt ist mein Ringmast unsichtbar. Kein Problem, sie kommen. Warte kurz, ja. Ja. Ah, das ist wieder Wacki. Jetzt bist du unsichtbar. Mann, ey. Ich häng dran. Alles easy, alles gut. Okay. Ja, okay. Passt. Jetzt kannst du weitergehen. Mhm. Genau. Also, was ich sagen wollte zu der ganzen Geschichte. Also, wenn sie wirklich merkt, dass euch das nicht gut tut in der Arbeit, zieht es rechtzeitig nach dem Hebel und geht es einfach und sucht euch einfach was anderes. Auch wenn es leicht klingt, aber auf lange Frist gesehen, tut euch das auf jeden Fall besser, als da drin sitzen und warten und Angst haben und sonst irgendwas. Weil irgendwann, ja, habt ihr da echt Probleme mit dem Zeug. Mhm. Das muss wirklich nicht sein. Also, da ist der Wechsel echt manchmal besser, als einfach da drin in der Situation sozusagen weiterhin zu verharren. Gut, es gibt schon viele, die sagen so, es geht halt manchmal zu einfach und so, aber es ist halt immer so Gesundheit versus Leben einfach. Und das ist... Genau. Wer ist wichtiger? Da sind wir wieder beim Thema zurück. Was ist wichtiger? Wer ist wichtiger? Die Arbeit oder man sich selber? Mhm. Und ich habe einmal so einen Punkt da einmal gelesen, und da hat derjenige auch sozusagen in dem Buch drin gefragt, wie hat er das jetzt formuliert, was jetzt wichtiger ist? Nein, wer, wer sozusagen hindert dich denn daran, dass du es änderst oder so, oder dass du andere Arbeit machst? Wer zwingt dich zu etwas, ja? Und dann, wenn man mal wirklich ganz, ganz genau darüber nachdenkt, dann ist man das eigentlich selbst, selbst bestimmt mal, ob man jetzt da hingeht oder ob man nicht hingeht, ja. Ist klar, wenn ich nicht in die Arbeit gehe, dann kriege ich Ärger vom Chef und sonstiges, ist klar. Aber du selber bestimmst das. Ja. Und du selber bestimmst auch, ob es dann irgendwie in nächster Zeit dir sozusagen auch was anderes sucht, das dir dann im Laufe der Zeit halt auch besser tut. Nur einmal so von mir jetzt gesagt, von meinem, wie sagt man da, von meinem Beispiel, so wie es bei mir passiert ist. Ich habe ein bisschen zu lange gewartet und bereue ich es eigentlich jetzt im Nachhinein schon. Ja, das ist dann das große Problem, weil du kannst es einfach nur noch ändern. Und... Schwierig. Ja, ja, du kannst halt, ich bin mir nicht sicher, aber es ist, es ist echt schwierig, ja. Und... Oh, sorry. Ich habe gerade die Hitbox gesehen, ich habe es gerade gesucht. Das sind noch 10 Schränke nebeneinander. Ja. Das ist noch alles. Ein ganzes Flugzeugträger, was da Platz hat drin. Ich wollte gerade sagen, ich kann, ich kann den einfach nicht anpeilen, ich finde es nicht. Und der Weib hat mich schon lange erwischt. Ja. Kann ich sagen, dass ich gerade Damage kriege? Ja, minimal, ich halte gleich. Ja, okay, ich halte es nicht, ich bin gerade gestunt. Ja, ich bin jetzt mindestens viermal so gestand worden. Fünfmal. So, ich bin hier Steinwand. Ja. 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 Nur weiter so, nur weiter so. Wie sieht der Bück dort hinten, der, die Wirtschaftsang der Vorhang immer so nach oben geht? Ja, das Ding ist richtig nice. Also das ist echt nice. Von vorne oder von hinten jetzt? Das Ding ist, der Umhang ist nice. Der Umhang ist richtig cool. Sieht man nur, wenn er nach oben sich beugt und das Ding dann... Mhm. Ja, der Umhang wäre echt nicht verkehrt. Ja, es gibt sogar ein Model dafür, aber es kostet dann wieder und so und so. Hat glaube ich 150 Millionen HP. Geht relativ fix down. Achso, relativ. Ich könnte, ich könnte so einen Namen-Changer brauchen für meinen Kanal hier. Vielleicht. Mhm. Ist ja der, der Owner so nett. Ich glaube der ist nicht nett. Genau so heißt es bei meinem Kanal, Ice Crystal. Es hat sich erst alles vergeben hier. Hm. Ja. Ich wollte vorher noch irgendwas sagen, ich hab's dann grad irgendwie wieder verdrängt oder vergessen oder so. Ja, es ist halt immer, immer dieses, immer dieser, wie soll man sagen, immer dieses, dieses Balancing zwischen, ja diese, diese Work-Life-Balance, was ich ganz, ganz am Anfang mal angesprochen habe, also vor dem Video noch, die halt irgendwie auch schwierig ist. Also, wie gesagt, ich verstehe jetzt teilweise schon, dass, ähm, dass irgendwie, äh, Arbeit erst mal überwiegt. Auch wenn es sich persönlich nicht verstehen kann oder nicht machen würde, aber, ähm, ja, es ist halt irgendwie so, es ist auch so die andere Richtung ja nochmal, dass man halt irgendwie, äh, echt Leute hat ja dann wirklich, äh, keine Ahnung, 14, 15 Stunden am Tag arbeiten oder so. Also, gibt's ja auch so jemanden, äh, bei uns im TS, der wo das so, so kennen und so. Und, ähm, ja, das ist irgendwie... Oha, habe ich jetzt mein, oha, habe ich mein, mein Tierle draußen? Oha, ich hab mein Buff-Pay, äh, das war wegen Teleporter, ja. Mhm. Stimmt, ja. Oha, okay. Ja, das, das ist so, so, so ein, so ein Ding, wo ich früher schon, äh, echt mich gefragt hab, äh, mit denen... Musst du tacken? Muss man sie? Musst angreifen. Ja, ich hab's gut gemerkt. Wo, wo ich echt gedacht hab, Leute, irgendwo verstehe ich das nicht? Und zwar, äh, mit diesen, äh, 13, 14 Stunden lang, äh, hier arbeiten. Äh, und eigentlich mehr, muss ich sagen, ähm, mehr an die weibliche Generation gerichtet jetzt. Das stimmt. Weil wenn die nämlich jetzt, wie's bei uns passiert ist, dann, ähm, schwanger worden sind, haben Kinder bekommen, und dann sind sie in der, in der Mutterschaftspause, wie sagt man da? Schwanger, nein, Schwangerschaftspause. Ja, so irgendwie, ja. Dann, ähm, ich verstehe das voll und akzeptiert das auch, das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn die dann nach, ähm, zwischen drei, ich glaub, drei oder sechs Monaten sind die wieder zurückgekommen und haben weitergemacht, weil sonst verlieren sie ihren Posten irgendwo, ja, als Chef oder sonst dem, dann haben wir nur gefragt, Leute, wo, 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 was ist hier los, was ist denn hier wichtiger? Äh, das Kind, das wächst weiter, die, die, die besten Jahre sind so zwischen, äh, 0 bis 3, hab ich sogar gehört, weil dann nimmst du das Mehrste auf und lernst das Meiste, und da ist die einfach dann irgendwo beim Arbeiten, also, ich peile das hinterher vor nicht, ja. Da hätte ich sogar schon ein nächsten Video, oder generell so einen interessanten Videotitel, so, äh, Erziehung Outsourcen, so alles das Ding, aber, das ist auch schon wieder so ein Megathema, das, was irgendwie, ja, irgendwie, momentan wieder so, gibt's haufenweise so Megathemen, die halt irgendwie bei uns aktuell so, äh, so, so, ähm, wie soll ich mal sagen? Naja, aktuell ist es bei mir jetzt nicht. Naja, bei uns jetzt, aber, ähm, so, was momentan halt irgendwie immer aktueller wird einfach, und, ähm, ja, es gibt da teilweise dann irgendwie so die Angebote dann irgendwie, keine Ahnung, im Kindergarten, äh, an der Arbeitsstelle oder so, das ist irgendwie auch so komisch, das was irgendwie, keine Ahnung, ob das positiv oder wirklich negativ ist, das ist halt irgendwie so, es ist, es rechtfertigt halt einfach dann wirklich, oder es nimmt halt dann quasi die letzten Zweifel halt dann, äh, oder die letzten Bedenken, dass man halt irgendwie wirklich fünfze Stunden am Tag arbeitet irgendwie, oder, je nachdem, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, es ist wie gesagt ein schwieriges Thema, weil, es gibt halt irgendwie sau viele Leute, die, entweder die, ja, es gibt es halt, jeder macht es wahrscheinlich aus einem anderen Grund, weil, weil, aber ich sag mal so, wenn man es wirklich aus dem Grund macht, dass man sagt, man baut sich dann dadurch innerhalb von zwei oder drei Jahren irgendwas cooles auf, und danach ist es dann vorbei oder so, dann ist es ja vielleicht sogar wirklich was Positives, aber, wenn man es wirklich nur macht auf unbestimmte Zeit, ohne was Bestimmtes zu erreichen zu können, weil man einfach nur für jemand arbeitet, und es hat irgendwie solche Zeit, also solche langen Zeiten, ähm, dann ist es halt irgendwie, meiner Meinung nach, echt ziemlich dumm einfach, also, das ist halt irgendwie wirklich ohne Grund und ohne Ende, und, halt irgendwie, endlos arbeiten, oder lang arbeiten ohne, unerbsehbares Ende ist halt einfach, das ist dumm, finde ich. Mhm. Vor allem ist es etwas, was nicht gut gehen kann irgendwie, das, keine Ahnung. Hast du grad gesehen, dass der immer mit deinem komischen Schwert genau mit der Spitze mich trifft hinten? Äh, ja. Ich check ihn auch so dumm positioniert, schau. Ich fände mich ja grad so zacken, ne? Ich sei froh, dass er sich nicht trifft, sonst macht er Schaden. Uah, schau, schau, schau. Ja, 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 ok, ok. So, jetzt hat er sich von mir abgewendet. Ja, ich hab mich grad von dem abgewendet. So, jetzt. Aber es ist momentan generell schwierig, also, es ist ja vor allem so extrem unterschiedlich, wo man eigentlich momentan lebt. Also, früher war es meist, oder, was heißt früher? Früher war es genauso, aber, es ist einfach so. Ja, da sind jetzt die Großeltern da gewesen, auch sonst, was haben geholfen noch. Ja, klar, aber irgendwie, also, keine Ahnung, früher hat irgendwie einer gearbeitet für acht Stunden, und das war's dann, und der andere war dann nach Hause und so. Also, aber mittlerweile ist es einfach echt so, keine Ahnung, früher war es irgendwie in Bulgarien, oder in, wie nennt sich die ganzen Länder, unten in Rumänien oder so, halt einfach so, dass es halt wirklich, ähm. bald kann starten, glaub ich. Ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Genau. Das ist da einfach wirklich so, weil es dann einfach irgendwie arm waren und halt, so was braucht haben und so, aber irgendwie. Ja, das ist ja das Problem, weil die Leute halt, äh, nicht nur wenn er dem arbeiten, sondern, dass sie einen Lebensstandard oder Luxus irgendwo auf, aufrechterhalten können. Das ist das Problem. Ja, mit und auch, ja. Das ist halt eben das andere Ding, weil, manchmal für einen Luxus, oder für einen Lebensstandard, und manchmal so irgendwie dann, halt, warum lauft man ja gerade die ganze Zeit los? Um einfach nur irgendwie, ähm, so, das Mindeste oder das Mini-Meister dann irgendwie zu sichern. Und das ist irgendwie auch immer so ein Ding. Ich meine, man sagt ja nichts gegen die G-Gruppe, sprich ich grad nicht an. Die, ich glaube, ich bedauern so selber, dass das so ist. Aber die andere Gruppe, die wirklich hätten und trotzdem das machen, also das, kann ich hinten vor nicht nachvollziehen. Ja, das ist auch immer so, teilweise, oder ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich fast, fast jeder Familie, ähm, wahrscheinlich ihre, oder jeder, jeder Mensch, der wahrscheinlich arbeitet, mit einer, mit einer ordentlichen, ähm, mit einem ordentlichen Finanzplan für den Haushalt und so, wahrscheinlich 10 oder vielleicht sogar 20 Prozent, äh, von seiner Arbeitszeit sparen könnte. Mhm. Ja, bei mir hat's geklappt, also ich hab das genau gemacht, wie du gesagt hast. Bin ja sozusagen gezwungen worden von meiner Gesundheit her, dass es dann irgendwann macht. Und hab als, als, als Mann sozusagen hier, äh, statt achte, äh, bin ich dann schon mal auf 6 Stunden runtergegangen und irgendwann hab ich dann wirklich nur noch 4, sozusagen gemacht. Ja, ich denke einfach... 6 geht eigentlich noch, also es wird klappen. Sicher, man muss ja ein bisschen einschränken, ist klar. Aber, ähm, man lebt... Muss gar nicht unbedingt. Muss gar nicht unbedingt. Es ist wirklich nur die Art und Weise, wann du was für was ausgibst und, und wie oft. Und, äh, es ist... Es ist ja auch schon ein mega Thema für ein komplettes Video eigentlich. Äh, wie gesagt, das ist ganz schwierig momentan, aber, ähm, weil man auch sagen muss, es unterscheidet sich so extrem, wenn du zum Beispiel irgendwie in Bremen oder so lebst oder in Berlin oder in Hamburg oder so. Ne, wobei Hamburg geht eigenermaßen, aber, ähm, es unterscheidet sich halt wirklich schon ziemlich stark, wo du lebst und das ist halt auch so ein riesiges Ding, hat dieses, äh, Ost-West-Gefälle und so mitunter. Okay. So, Drop war... Ich hab ne Ocean Card 7%, ich hab ne Emerald, du hast Lipin Boots. Ich hab meine Schuhe. Sehr nice. Damit hast du grad 8 Pairing gespart. Ja, und zusätzlich aber auch noch männlich, gell? Aha. Und ne Yester. Und ne Yester Seat, oder? Yester Seat habe ich einer, ja. Die können wir verkaufen. Ist zwar scheiße und ist eigentlich nix wert, aber... Kannst dich mal anhandeln. Das ist ein 105er, äh, 107er. Damit ich nicht zeige. 125. Hanyer Seat ist 125. Ach, da ist's. Okay, ich hab's grad gesehen. Da hab ich noch... Hä, wo hab ich den Schrop mitgenommen? Vielleicht von vorhin auch immer, darf ich den Dungeon da durchgehen. Möglich, ja. Oh, ja. Alles klar. So schnell wird man rausgeklickt. Ah, jetzt, das kann ich anhandeln. Nice. Dann hau ich das mit dem Shop rein und so, dann kann ich das ganze verkaufen. Und... Ach so, ja, stimmt. Äh, wo ist das hier? Das Zeug... Was ist das? Ranger 107. Also das jetzt auch... Nein, das ist ein Müll. Ich merk grad, ich hab auf dem falschen Charakter gezockt. Also nicht direkt, das aber indirekt. Ja. Ranger 107 ist das einzige, ja. Das eine behalte man jetzt, glaub ich. Ja, das ist deins. Das ist deins. Ich glaub ich kann es nachvollziehen. Äh, wobei, du bist doch... Oder, Lepin? Du bist, du bist der Psy-Keeper. Du brauchst das, äh... Prefiero. Nein, ich bin nicht. Doch, du bist Psy-Keeper. Scheidengleich. Nein. Falscher Server. Nein. No way. Das passiert aber doch ständig. Entweder ich zack bei NoFlife drüben, dann vergiss ich das mit den Eiern. Dann denk ich immer, dass es sozusagen hier Glockbox bleibt. Und wenn ich hier bin, dann verpenne ich das mit meinem Charakter grad. Nooo. Ich hab mich so gefreut grad. Ich hab grad überlegt, seit wann haben wir eigentlich beide eine Ehle? Weil ich hab gedacht, da hab ich eigentlich auch eine Ehle. Und dann hab ich gedacht, hä? Aber ja, das ist ein Stück Glockbox. Ja. Ich hab drüben auch NoFlife haben eine Ehle. Und natürlich neuerdings noch Platz und so. Ja. Nein. Das ist jetzt echt. Du hast die ganze Freude grad eben wieder zunichtigen gemacht. Hast du ja geschafft. Kein Trostpreis geben, wobei da jetzt eigentlich noch gar nichts bringt. Ich hab noch eine Worte A getroppt. Ah, nice. Aber die bringt jetzt halt eigentlich nichts. Noch nichts. Ich würde jetzt erst in die B herwandern zockeln. Ja, okay mach ich. Vorher bringt's nichts. Thanks. Guter Trostpreis. Trostpreis. Ich verkaufe es jetzt nicht nachmal. Mach's so wie Tom am besten. Der hat das auch so gemacht. Der hat einen kleinen BS Layer verkauft. Kann man sich immer gönnen. Lol. Erste BS Layer vom Server und einfach mal im NPC verkaufen. Oh mein Gott. Das ist ja bitter. Das war bitter, ja. Und die ganze Gilde war auch auf ihm und so. Er war zum Glück Gülden die deswegen. Ja. Lol. Also das ist, also da. Das ist böse. Da werde ich mich erstmal vergriechen. Oha, jetzt seh ich den mal wirklich von außen. Ja. Ich war hier noch nicht. Ach so. Ja, das ist cool. Auch sehr passend für einen Screenshot und so. Ah, ich würde gerade sagen, der ist ein bisschen groß hier. Mhm. Kommen wir ein paar Stücke weiter zurückgehen vielleicht. Aber ich würde sagen, wir beenden uns erst mit der Aufnahme. Und dann können wir mal in den Kommentar schreiben, welchen Dungeon ihr dann das nächste sehen wollt. Also jetzt Deathwing wird das ja wieder ein bisschen hart, aber es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Und ja, auf alle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFapier. Genau. Wir sehen uns mit meinem Nächsten dann auch wieder. Und ich sag auch Danke von meiner Seite hier fürs Zuschauen. und wir sehen uns dann. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.